So, du bist die Maria, du hast ja auch vorhin schon eine tolle Mier-Zeige genommen. Erzähl uns doch mal, was hast du dir überlegt und was ist das, was du uns durchgebracht hast? Eine Maschine. Und was genau kann die Maschine? Was soll sie können? Eine Maschine soll deine Mama zurückholen? Ah, okay. Und damit, mit dem willst du dann, ich sehe schon, das An- und Aus- und die einzelnen Wochentage. Und hast dann, was ist auf der anderen Seite noch drauf? Ah, das ist also eine Maschine, womit du jederzeit deine Mama, wenn die unterwegs ist, beruflich zu dir zurück nach Hause holen möchtest. Und dann kann man von Hand der Maschine also auswählen, an welchem Wochentag, womit, ob das Auto oder das Flugzeug, und zu welcher Uhrzeit sie zurückkommen soll. Ah, nein. Und hat das, was sagt deine Mama dazu? Hat sie das auch schon ausprobiert? Ja. Und hat auch funktioniert? Ja. Das klingt da sehr vielversprechend. Genau, das lassen wir mal zu tun. Und ich sehe schon, du hast einen Karton genommen und pink, die Farbe ist pink, deine Ludwigsfarbe. War ja schon fast zu erwarten. Möchtest du uns sonst noch etwas über deine Maschine erzählen? Nein. Okay. Dann vielen Dank, dass du uns deine Erfindung vorgestellt hast. Und viel Erfolg damit. Vielen Dank.